In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie man Gutscheine für Indiens größten Marktplatz, Flipkart, kaufen kann. Schritt 1. Flipkart Gutscheinkauf im Ultima Store. Gehen Sie zu global.ultimastore.com und melden Sie sich an, indem Sie auf Sign-In klicken. Suchen Sie nach Flipkart in der Liste der verfügbaren Gutscheine und klicken Sie auf Buy Now. Füllen Sie in dem neuen Fenster alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Use This Address. Wählen Sie dann die Zahlungsmethode Cashback Points und klicken Sie auf die Schaltfläche Place Order. Das Fenster des SmartPay-Zahlungssystems wird geöffnet. Klicken Sie auf Yeah, I want that, um die Zahlung zu bestätigen. Fertig. Sie haben das Produkt bezahlt. Dies wird Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt. Um zum Ultima Store zurückzukehren, klicken Sie auf Continue Shopping. Wählen Sie nun My Account in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie im linken Menü auf My Orders. Wählen Sie auf der Seite der Bestellungen die Option Completed – Erfolgreich abgeschlossene Bestellungen. Hier sehen Sie alle gekauften Gutscheine. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um die Details Ihres Gutscheins zu sehen. Sie sehen die Art des gekauften Gutscheins, das Datum der Bestellung, die Menge und den Wert. Um die Gutscheine selbst auf der Flipkart-Website zu bezahlen, klicken Sie auf My Vouchers. Daraufhin wird die Liste der Gutscheine geöffnet, die Sie durch Klicken auf den Pfeil auf der linken Seite erweitern können. Um einen Aktivierungscode zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Get Voucher. Ein Gutscheincode wird dann in der Spalte Vouchercode angezeigt. Kopieren Sie ihn. Sie können den Gutschein auch im PDF-Format herunterladen, indem Sie auf das Kopiersymbol in der Spalte Action klicken. Der nächste Gutschein wird in 30 Tagen verfügbar sein. Schritt 2. Aktivierung des Gutscheins auf Flipkart. Sie können den gekauften Gutschein auf der Flipkart-Website sofort verwenden, um die Waren zu bezahlen. Öffnen Sie die Flipkart-Website und melden Sie sich an. Gehen Sie zu Account-Giftcards. Dann klicken Sie auf Add to Wallet. Klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf Add a Giftcard. Fügen Sie den Code der Geschenkkarte und die PIN ein, die Sie auf Ultima Store erhalten haben. Und klicken Sie auf Add Giftcard to Account. Fertig. Die Zahlungsmittel wurden Ihrem Guthaben gutgeschrieben. Die aktivierte Karte sehen Sie im Abschnitt Flipkart-Giftkart. Jetzt können Sie alles kaufen, was Sie schon so lange haben wollten.